Türchen 7 Harry zehrte an seinem Tarnumhang die enge Wendeltreppe zum Ostturm vorsichtig erklimmend. Er wünschte, er hätte die Karte des Herumtreibers bei sich, so dass er nachsehen könnte, ob Malfoy noch immer wartete oder nicht. Es war bereits eine halbe Stunde nach Mitternacht und Harry war spät, aber nicht, weil er das so gewollt hatte. Sein Besuch in der Krankenstation war kurz, aber alarmierend gewesen. Madame Pomfrey, ganz und gar nicht ihr übliches gütiges Selbst, hatte Harry pflichtbewusst untersucht und in verschiedene Teile seines Körpers gestochen. Zu Harrys Verzweiflung, Hermines Beunruhigung und Rons absolutem Horror hatte sie verkündet, dass er frei von jeder Art von Zauber sei. Sie hatten die Krankenstation ziemlich geschockt verlassen. Nicht, dass der Schock Harry daran hätte hindern können, Malfoy wie versprochen zu treffen. Vor allem, da jedes Mal, wenn Harry auf die Karte schaute, Malfoys Punkt noch immer auf dem Ostturm wartete. Nach einigem Gezanke, lebhaften Beschreibungen verschiedener gefährlicher Möglichkeiten und Lektionen über Ex-Todesser und deren zweifelhafte Fähigkeit, sich zu ändern, hatte er es geschafft, seine Freunde davon zu überzeugen, dass er lediglich herausfinden wollte, warum und wie Malfoy diesen plötzlichen Drang, Harry zu küssen, entwickelt hatte. Er hatte ihnen hoch und heilig versprochen, dass er sich nicht noch einmal angreifen lassen würde. Nichtsdestoweniger bestand Hermine darauf, dass er seinen Tarnumhang mitnahm und den Turm beobachten sollte, ehe er sich Malfoy zu erkennen gab, und Ron hatte die Karte aus Harrys Händen gerissen, sodass er und Hermine ein Auge auf sie haben konnten. Und etwaige Zeichen von Ärger. Harrys Kiefer hatte geschmerzt, als er ihrem Getue standhielt, weil er keine Zeit zum Zanken hatte. Wer wusste schon, wann Malfoy einfach aufgeben und gehen würde? In dem Moment, als Ron und Hermine um die Ecke gingen, rannte Harry so schnell ihn seine Füße trugen. Als er das Ende der Stufen erreichte, war seine Atmung flach und sein Herz schlug wie verrückt. Die Stufen führten in einen kleinen, runden Raum mit schmutzigem Boden und hohen Fenstern. Kleine Schatten von dicken Schneeflocken tanzten im Mondlicht, das den rauen, grauen Stein erhellte. Für einen Moment vergessend, dass er unsichtbar war, linste Harry vorsichtig hinein. Der Knoten in seinem Magen löste sich im gleichen Augenblick, indem er Malfoy erspähte, zog sich aber wieder zusammen, als der Anblick die lebhafte Erinnerung an Malfoys Küsse zurückbrachte. Harry ging zwei Schritte vorwärts, darauf bedacht, kein Geräusch zu machen. Er hatte Hermine versprochen, nach Fallenausschau zu halten. Also entschied er sich, Malfoy zu beobachten und hoffte, dass das als Wachsamkeit zählte. Malfoy saß am Boden, seinen Rücken an die Steinwand gelehnt, sein Kopf gebeugt und seine Knie leicht auseinander. Eine schicke Taschenuhr lag in seiner linken Hand und während Harry zusah, spielte Malfoy damit, ließ er alle fünf Sekunden auf und dann mit einem scharfen Geräusch zuschnappen. Harry konnte kaum glauben, dass Malfoy beinahe zweieinhalb Stunden damit verbracht hatte, auf ihn zu warten, ganz zu schweigen davon, dass er nicht das geringste Anzeichen eines baldigen Aufbruchs seinerseits gab. Malfoy sah wieder auf seine Uhr, seufzte hörbar, warf seinen Kopf zurück und lehnte ihn gegen die Wand, entblößte dadurch seine blasse Kehle und den hervorstehenden Adamsapfel. Harry konnte sich nicht helfen, er fühlte sich dazu gezwungen, still zu stehen und zu starren. Es war kalt im Turm, aber Malfoy sah nicht aus, als würde er frieren. Er zitterte nicht, sondern saß ganz still, als ob er sich Harrys neugieriger Betrachtung hingab. Harrys Blick strich über Malfoys Gestalt, als er herauszufinden versuchte, ob Malfoy vor oder nach ihrem Kuss aufgehört hatte, wie ein launischer kleiner Junge auszusehen. Ganz ehrlich, Harry hatte Malfoy in den letzten Monaten nicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Hauptsächlich, weil Malfoy seinen Blick zu spüren schien und ihn dann finster anstierte. Daran war Harry gewöhnt. Er war bloß nicht gewohnt, Malfoy so lächelnd zu sehen, wie er es tat, als Harry den Kuss erwidert hatte. Und er war es nicht gewohnt, ihn so zu sehen, absolut bewegungslos, Augen geschlossen, als ob er schliefe. Da war nichts Sanftes an Malfoy. Die Linien seines Gesichts waren hart, seine hohen markanten Wangenknochen und die zusammengepressten Lippen unterstrichen diesen Effekt. Sogar seine weißblonden Haare trugen dazu bei. Harry konnte nicht verstehen, wie jemand, der so kalt und schroff wirkte, ihn so leidenschaftlich und zärtlich hatte küssen können. Er fragte sich, ob er sich diesen alles verzehrenden, zähnekringelnden Kuss nur eingebildet hatte. Der Deckel von Malfoys Uhr schnappte zu und Harry sog erschrocken die Luft ein. Malfoys Augen öffneten sich und wurden zusammengekniffen, als er sich aufsetzte und umherblickte. »Potter?« fragte er, während er in die falsche Richtung sah. Nach einem Moment entfernte Harry seinen Tarnumhang, ließ ihn auf den Boden gleiten. Malfoys große Augen konzentrierten sich auf ihn und er kam auf seine Füße. »Hey«, sagte Harry und wünschte sich, seine Stimme wäre nicht so kratzig. »Entschuldige, ich bin zu spät.« Malfoys Blick war so intensiv, dass Harry sich wandte. Es dauerte eine Weile, bis Malfoy sich entspannte und lächelte. »Das ist in Ordnung, ich bin selbst gerade erst gekommen.« Etwas an dieser Lüge zerrte an Harrys Herz und seine Füße trugen ihn näher zu Malfoy. »Ist dir nicht kalt?« fragte Harry. Ihm war kalt. Sein ganzer Körper zitterte. Harrys Hand flog zu Malfoys Gesicht. Malfoy hatte seine Wange vorher ohne Warnung berührt. Es schien nur gerecht, dass Harry dasselbe tat. Malfoys Lippen teilten sich in offensichtlicher Überraschung, als Harrys Finger über die blasse Wange strichen. Sie war gefährlich warm, beinahe heiß. »Wärmezauber«, wisperte Malfoy. Harry hörte nicht zu. Malfoys Lippen zogen seine Aufmerksamkeit auf sich und hielten sie fest. Er war entschlossen, herauszufinden, ob der Kuss tatsächlich so bezaubernd gewesen ist, wie er dachte, dass er gewesen sei. Das musste verifiziert werden. Sofort. Er hatte Hermine versprochen, dass er nicht zulassen würde, dass Malfoy ihn mit Küssen attackierte. Aber er hatte nicht versprochen, dass nicht er derjenige sein würde, der Angriff. Harrys Augen schlossen sich, als er sich vorbeugte und Malfoys Lippen mit seinen fand. Malfoy erstarrte und Harrys Herz übersprang einen Schlag. Er hielt inne, weil er befürchtete, etwas Dummes getan zu haben. Vielleicht wollte Malfoy ihn nicht noch einmal küssen. Aber bevor Harry sich zurücklehnen und entschuldigen konnte, umfingen Malfoys Arme Harrys Körper und Malfoys Zunge schlüpfte durch seine Lippen. All die wunderbaren Eindrücke kehrten in einem Blitz wieder. Sie schienen sogar noch intensiver. Jetzt, da Harry nicht gelähmt war, vor Schock. Sein Blut rauschte nach Süden. Harry schob seine Hüften nach vorne und seine Finger verirrten sich in Malfoys Haare, die glatten, perfekt sitzten Strähnen eifrig zerzausend. Glücklicherweise erinnerten sich sein Mund und seine Zunge, was zu tun war, denn Harry konnte keinen Gedanken an Knutschtechniken verschwenden. Malfoys Haut war so warm. Harry fürchtete, dass sie beide verbrennen würden, hörten sie nicht bald auf, obwohl das wenig ausmachte, weil es einfach unmöglich war, aufzuhören. Das Konzept der Zeit war für Harry verloren und er war sich sicher, obwohl es keinen Sinn machte, dass Stunden vergangen waren, ehe Malfoy sich zurückzog und Harry nach Luftringen zurückließ. Unerklärlicherweise war Harrys Rücken gegen die Wand gedrückt und Malfoys Hände hielten sich beinahe schmerzhaft an Harrys Hüften fest. Harry konnte sich nicht erinnern, dass sie beide sich bewegt hätten, obwohl er sich einen Augenblick lang sehr schwindlig gefühlt hatte. Malfoy musste ihn herumgeschleudert haben. Schneeflockenschatten tanzten über Malfoys Gesicht, aber es war hell genug, um zu sehen, dass Malfoy lächelte. Sein Lächeln war nicht so breit wie zuvor, aber es machte Malfoys Linien weicher, selbst der Ausdruck in seinen Augen war sanfter. Diese winzige Veränderung ließ Malfoy beinahe hypnotisierend schön wirken. Du schuldest mir eine Antwort, sagte Harry, sich selbst ein wenig für seine verräterischen Gedanken hassend, die ihn zu überzeugen versuchten, dass er schon wusste, warum Malfoy ihn geküsst hatte. Malfoys Miene war ungewöhnlich aufschlussreich. Malfoys Lippen verzogen sich zu dem vertrauten Grinsen, aber zum ersten Mal, seit sie sich kannten, befand er es nicht für unausstehlich. Im Gegenteil, Harrys Körper krampfte sich und sein Schwanz zuckte in Erwartung, als ob sein Körper seinem Gehirn voraus wäre. Hmm... Malfoy machte einen Schmollmund. Ich glaube nicht. Verdruss über Malfoys Weigerung, sein Versprechen zu halten, klärte Harrys Gedanken. Du sagtest, wenn ich komme, erzählst du mir, warum du mich geküsst hast, sagte er und runzelte die Stirn, als der Vorwurf Malfoy nur zum Feixen brachte. Tatsächlich hatte Harry Malfoy noch nie so zufrieden mit sich gesehen und das sagte schon einiges aus. Das habe ich, stimmte Malfoy zu und legte, sehr zu Harrys Verwirrung, eine Fingerspitze an Harrys Lippen. Harry hielt still, als Malfoys Finger über sein Kinn glitt, seinen Hals streifte und Malfoy danach seine Handfläche auf Harrys Brust legte, sie hinunterbewegte über Harrys Krawatte und die Knöpfe seines Hemdes. Der Druck von Malfoys Berührung erhöhte sich, erhitzte Harrys Haut immer mehr. Harry hörte auf zu atmen, als Malfoys Hand seinen Bauch erreichte und nicht aufhörte, sich tiefer zu bewegen. Malfoy hielt Harrys Blick gefangen, als seine Finger sich zwischen Harrys Schenkel stahlen, streichelnd, neckend, ehe er Harrys Schritt umfasste. Harrys Sicht wurde dunkel, er konnte nicht atmen, nicht mit Malfoys Hand auf seinem Schwanz und Malfoys Augen, die ihn ungeniert beinahe gierig anstarrten. Siehst du, Potter? Malfoy grinste breiter. Du hast deine Teil der Abmachung noch nicht erfüllt. Ende Türchen 7